Das ist so, ich hab keine Ahnung, wie wär's damit einfach anfangen? Wir machen die Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny? Das ist komisch aus dem Kumpel hier. Ich seh, geh mal hin, guck mal, ob sie draußen zuerst regt. Nein! Fangen wir mal an. Hey, Chubby Bunny, oder mach's doch so. Erst im Mund und dann Chubby Bunny. Alter, wieso hörst du Musik? Das ist ja voll gemein. Chubby Bunny. Nee, du isst es. Chubby Bunny. Weil ich cool bin. Bist du schon bei einem verlieren? Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ich bin so heiß. ürlich. Ich bin so heiß. Auf Wiedersehen. So jetzt ist Lehrstück bo scanner. Viktor. Ich? Hawagmas! Oh wie ist das? Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.